Hier. Auch eine Möglichkeit an Sauerstoff zu kommen. Warum ist alles so friedlich plötzlich? Naja. Und warum nervt die Katze so? Ganz ehrlich, die ist seit... Lässt uns auch nachts im Moment nicht schlafen. Ich habe eine Idee. Das da. Zack. Hm. Na, das brauche ich nicht. Ja, gut. Ey, die Katze ist so nervig. Hört ihr die? Das war jetzt eine andere. Wir haben ja zwei. Und wo finden wir aggressive Tiere? Auch eine gute Sache, ne? Warte mal. Das bringt mir ja nicht so viel. Dann schauen wir doch mal hier. Hm? Ja. Ich glaube, wir verkaufen mal ein bisschen was. Das da ist ja ein schlimmes Grangel. Oh, haben wir auch noch nicht. Gut. Mhm. Dann. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ach so, so ein Kälteschutz wäre vielleicht nicht schlecht. Nein. Nein. Wärme nicht. Nein. Nein. Kälteschutz. Mhm. Nein. 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 Okay. So. Dann wollen wir das mal verkaufen. Achso, nee Quatsch. Wir wollten... Hier, gibt mal. ... Ja. Ja. Kaufen. Verkaufen. Ja. Kriegen wir nicht. Ist ja egal. C. Ja. Mhm. dann kriegst du ein bisschen was, aber hier liegen wieder keine, doch, nein, da, es ist unfassbar, wenn man da nicht braucht, na, da wollte ich hin, ne, was ist denn das, war da nicht irgendwas, das brauche ich nicht weg damit, so, so, wir sind hier, das ist der, so, ätzender Planet, radioaktive Abscheulichkeit, Stadium, Strahlenstürme, Bocknot 4, sollen wir mal probieren, also wir müssen noch kaufen, gehen, noch mal zwei Notfallplaneten, Notfalldaten, so, jetzt mal schnell noch mal gucken, was wir da alles haben, das ist ja irgendwie schon, ach, das müssten wir ja auch noch loswerden, aber das ist viel, so, ach da, guck mal, hier, nein, das ist gut, das brauchen wir genau jetzt, so, dann, was hatten wir noch, ähm, brauchen wir nicht mehr, äh, nee, brauchen wir auch nicht mehr, Photon-Kanone, ja, das brauchen wir, aber nicht irgendwo, warte, warte, da, so, können wir damit noch was machen, sehr schön, was haben wir noch, oh, die Katze geht mir so auf den Sack, das ist unfassbar, warum ist die nicht mal ruhig, ich habe schon so viel Scansystem, sind wir da schon, ist eigentlich egal, ah, komm, zack, Impulswerfer, das ist aber nicht das, was ich, ne, warte, was ist das, ja, das ist das, das können wir das noch nehmen, können wir noch nehmen, nehmen wir, mhm, Hyperantriebmodul, komm, zack, so, alter, das, das, das Vieh macht Vieh verrückt, ich verstehe nicht, was ist hart, so, so, wir verkaufen noch mal, da wollten wir noch was machen, was war das, erst mal da hoch noch mal, ein bisschen was verkaufen, Katze, was hast du denn, was hast du denn, hä, was hast du denn, nein, es ist doch nicht wahr, oder, so, und dann wollten wir was verkaufen, da hinten, erst mal alles leer machen, ich weiß, ich weiß, was ich noch machen wollte, ich bin so doof, egal, wir verkaufen jetzt, so, ja, kreaturen Google Pro, auf jeden Fall, das bringt gar nichts, das können wir verkaufen, POMBAC definitiv nicht, so, jetzt gehen wir noch mal zurück, Mann, 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 naja, egal, es ist ja nur noch der Rest, so, und zwar will ich jetzt noch, äh, Quatsch, das, ja, ja, wie, ach, es gibt nicht mehr mehr, okay, so, wir schauen mal, es gibt radioaktive Stürme, ich weiß nicht, ob es bei radioaktiven Stürmen Frostkristalle gibt, aber das sehen wir dann, ja, ist mir egal, ätzender Planet, nein, wir wollen den da, oder, das ist der eiskalte, ja, und der da, das ist der, ah, jo, da gibt es Stürmer, das weiß ich, ja, 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 ich will mal Katwas gucken, mhm, aha, man kann es immer noch nicht, so, lass mal schauen, ich hätte es zwar ganz gerne, so ein bisschen im, egal, wie gesagt, ja, Haben wir Strom? Im Moment nicht. Was ist das? Ja, geh weg. Moment, das sind was? Nein, ich habe schon alles gehabt. So. Ernten wir gerade noch ein bisschen Uran. Bis ein Sturm kommt. Haben wir. Sauerstoff. Immer gut. Aber wie wäre es mit einem Sturm, damit wir das ausprüfen können? So, das war das. Hm. Jawohl. 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 Brauche ich gerade nicht. Ist aber egal. Geil. Oh ja. Das lohnt sich. Sollen wir einfach mal probieren? Was passiert denn, wenn wir jetzt hier... Wo habe ich die Karten? Da. Bitte kein Notfall-Signal entdeckt. Das ist gut. Ja. 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 Fliegen wir doch mal da hin. Vielleicht gibt es ja da nochmal einen Sturm. Nein. Du gehst weg. Hallo. Wo ist sie denn? Ja. Nein. Ähm. Ja. Ähm. Da. So, lass es bitte ein Frachter sein. Aha. Was? Ja. Ja, greift er mich jetzt an? Nein. Äh. Es nutzt nichts ein. Wir machen es trotzdem. Komm. Ja. 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 Das wäre damit erledigt. Haben wir Sturm? Nein. Mhm. Ja. Da ist er. Okay. Ja. Haut mal ab ihr Dreckspiraten. Ich will da hin. Mhm. Dann müssen wir ganz kurz mal. Ja. Ja. Karten sind zum Glück immer konkret.